Die Top 5 Produkte für frische und flexible Haare, Flex und Fresh im Test Ich habe das Tartei-Set mit 4 Aufschnittboxen gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Boxen sind aus BPA-freiem Material und sind stapelbar, was viel Platz auf meinen Küchenschränken spart. Ich finde es auch toll, dass sie Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet sind, was die Reinigung sehr einfach macht. Einziger Nachteil ist, dass die Farben zufällig sind und ich nicht die Farbe bekommen habe, die ich wollte. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit diesem Produkt und würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin absolut begeistert von dem Freshmaster Frischhalte-Dose-Glass-Set. Diese Vorratsdosen sind 100% auslaufsicher und luftdicht, was bedeutet, dass meine Lebensmittel länger frisch bleiben. Sie sind perfekt für Meal Prep, Aufbewahrung und Organisation in meiner Küche. Das Set besteht aus 18 Teilen, was wirklich praktisch ist. Ich liebe vor allem die Glasbehälter, weil sie langlebig und umweltfreundlicher sind als Plastikbehälter. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Produkt und würde es jedem weiterempfehlen, der hochwertige Vorratsdosen sucht. Ich habe das Moritz und Moritz Vierer Set Aufschnittbox Stapelbar gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Frischhalte-Dosen mit Deckel sind ideal für die Aufbewahrung von Wurst, Käse und anderen Lebensmitteln. Die Dosen sind stapelbar und sparen somit Platz in meiner Küche. Besonders praktisch finde ich auch den inkludierten Tafelsticker zum Beschriften. So behalte ich immer den Überblick darüber, was ich in welcher Dose aufbewahre. Die bunten Farben der Dosen machen Sie außerdem zu einem Hingucker in meiner Küche. Ich kann das Set auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe kürzlich das hochwertige Aufschnittboxen-Set gekauft und bin sehr beeindruckt. Die Boxen sind aus hochwertigem Material gefertigt und lassen sich leicht stapeln, was Platz im Kühlschrank spart. Die mitgelieferte Servierplatte ist äußerst praktisch und ermöglicht ein stylisches Servieren. Die Boxen sind sehr luftdicht, wodurch ich meine Lebensmittel länger frisch halten kann. Ich habe das Bordeaux-Set gekauft und es sieht toll aus in meiner Küche. Ich würde dieses Set auf jeden Fall empfehlen, es ist sein Geld wert. Ich bin absolut begeistert von meinen neuen hochwertigen Aufschnittboxen. Die Frischhaltedose für Aufschnitt Fresh System hält meinen Aufschnitt im Kühlschrank perfekt frisch und saftig. Die Maße von 17 x 3,2 x 25,2 cm sind genau richtig, um mehrere Sorten Aufschnitt aufzubewahren, ohne dass sie sich vermischen. Das Burgunderrot sieht zudem sehr edel und stylisch aus in meiner Küche. Ich bin froh, dass ich mich für diese Vorratsdosen entschieden habe und kann sie jedem empfehlen, der Wert auf frische Aufbewahrung von Lebensmitteln legt. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.